Fußball-Bundesliga. FC Augsburg empfängt Fortuna Düsseldorf. Der Augsburger geht in der 32. Minute durch Philipp Max 1-0 in Führung, was auch der Halbzeit stand ist. In der zweiten Halbzeit, Jettwey, in der 61. Minute 2-0 und 72. Max 3-0. Der Sieg ist verdient. Wir haben 12 Schüsse von Augsburg, 6 von Düsseldorf. 7 aufs Tor von Augsburg, 2 von Düsseldorf. 46% Ballbesitz für Augsburg, 54% für Düsseldorf. 340 Pässe von Augsburg, 400% von Düsseldorf. 76% Passgenauigkeit von Augsburg, 71% von Düsseldorf. 11 Fouls mit 3 gelben Karten von Augsburg, 14 Fouls mit 4 gelben von Düsseldorf. Damit ist Düsseldorf 16. in der Tabelle, kommt 1 Punkt näher an Bremen. Und Augsburg ist 10. in der Tabelle und hat 23 Punkte. Glückwunsch an die Augsburger.